so leute und herzlich willkommen an den allerletzesten part GTA 5 online wir verkaufen das auto wir verkaufen das spiel es ist halt ein angebot aber es stimmt. Hii. Halt auch. Ich mute. Halt mal und ich mach die Musik bisschen lauter jetzt weil ich das weiß noch mal nicht so was nur rendern will und bin ich gleich nicht was ist eh. Keine Ahnung. Aber ich mach einfach mal lauter. Wir haben das noch. Das gibt keinen Sinn. Ich will ja alles was draufsteht also. Hä? Ach scheiße. Das lese ich mal später weiter. Aber guter Freund du wirst mir fehlen. Achso leute. Wir werden den nächsten Zwiemann kündigen. Wo wir schon bei meiner auch damals schon ankündigt haben und ich immer noch weiter aufnehme. Was den Kallen auch zur Hände bauen. Ja. Wie ihr gesehen habt habe ich gerade die Waage verkauft. Und zwar leute. Nämlich verheiß ich. Damit habt ihr gesehen. Ich habe alles Waage gemacht. Nämlich weil ich wusste schon davor wann das Ende von dem Projekt ist. Aber wenn ihr wollt kann ich euch Custom Maps ja machen. Ja. Dann können wir beide Custom Maps auf dem Markt bauen. GTA 5 halt auch. Ach schade. Da habe ich kein GDA. Ich will GTA 5 spielen. Aber ich habe keine GDA. Ja. Weil dafür brauchst du dementsprechend gute PC Hardware. Weil es eine Mindestanforderung. Ey komm hatten wir nicht dieses Spiel gerade schon bei meinen Aufnahmen. Oh Gott wie viel Holz habe ich. Und kein Fichtenholz. Oh Gott ey. So. Wir machen vom Abschluss des Tages. Nötig den Charakter auch noch. Also wenn ich auf Enter gedrückt habe. Ich werde nicht in deinen Aus gehen. Ach so Leute. Ähm. Ich habe lange den Kanal von Blues Ores gesagt. Also Agalike hier geschaut. Und da sind einfach mal keine Aufrufe irgendwie. Traurig. Ähm. Guckt mal bei ihm bitte mal vorbei. Ähm. Ja. Alter. Ja das heißt so weil wenn man... Ja zumindest halt. Man kann das praktisch zum Glück gut verdrängen. Nehme ich. Stopp. Es leckt schon wieder. Obwohl ich nur Minecraft. TS. Äh. Die Frips Aufnahme. Dings. Und noch dieses Musik alter. Mehr nicht. Ich habe schon meinen Expert. Ähm. Na okay. Ich mache jetzt ohne Aufnahme. Es ist ja. Und ohne Aufnahme ruckelt es bei mir nicht. Dann liegt es am Flips. Dann muss ich mit Ores aufnehmen. Ja weil mit Ores habe ich keine Ruckel beim Aufnehmen. Ja. Ja. Auch noch. Aber das Problem ist dass ich mit Ores nicht klarkomme. Ich ja. So. Ich habe mir eine wichtige Profil mir auch angefertigt. Für mich. Dann soll mein ihr regres Earlier是這樣. Der will zu ihm auch nutzen. Machen wir was. Irgendwas jetzt halt, weil ich würde sagen, wir machen, wir nehmen Rennenteil. Ich war sehr züchter, warum ich gerade 13 Frames hab. Ja, ich hab jetzt 50 Frames. Ja, ich hatte jetzt auch volle Aufnahmen, es gab auf einmal so massive Rucksack. Ja, ist bei mir genauso. Ja, aber wie gesagt, bei mir muss die Grafkarte noch mindestens noch ein Jahr noch durchhalten. Halbes Jahr, Jahr noch. Ja, bei mir auch eigentlich. Weil, also, weil... Ich weiß, wir würden mir empfehlen, mal Grafikkonterschutz schrauben, aber Leute, es liegt nicht an der Grafik. So, ich will sagen, wir beenden das Projekt hier mit Maps, mit Custom Maps. Ach so Leute, ähm, den nächsten Stream, ähm, machen wir halt auch noch bei, mit ihm, ich werde mit ihm, äh, gleichzeitig streamen. Und wir werden Minecraft-Videos machen. Ähm, also, die nicht. Äh, 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 ja, ich bin ganz schnell mal... ... geiles afkarwinnd nach der Aufnahme. Ja, ja. Aber so massive Framedops habe ich auch nie gar miterlebt. Auch nicht, selbst dass da keiner mehr ist. Egal, wer starten hat, einfach schnell. Ja, er kann ankündigen, wenn du nicht so süden kannst. Ja, bei mir wäre es einmal morgen. Also bei Sata-Spiel habe ich bei mir einen Uploadplan gemacht. Hä? Komme ich in eine Map drinne schon, ruckelt es nicht mehr. Nein, doch. Boah, Digger. 15 Frames. Auf einmal, Digger. Ich kann kaum noch fahren sehen. Ah, Digger. Ich kann kaum noch fahren sehen. 13 Frames. Es ist heiß, ey. Oh, Leute. Kann einer mehr, Mann. Bitte. Da morgen, wenn das Leistungsbild, dann einen Tipp geben. Boah, das ist so unnormal am Ruckeln. Ich weiß nicht, ob ich morgen streamen, ne? Ich wollte eigentlich mal nur einen 30. streamen mit, ja. 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 Was machen wir denn jetzt? Aber du kannst ja ganz schnell mit Brownie noch mal reden. Also, Brownie. A.K.A. Burn-O-Mod. Ich will nur das nicht. Ja. Können wir bitte eine Stunde früher machen? Ja. Ja. Ne, ich will jetzt warten, dass Brownie das nicht macht. Ich will jetzt warten. Ja, mach. Komm mal. Das ist da ganz schnell noch mal drum. Ja, wie können wir das tun? Wenn es nicht geht, dann kommt ein Rundestream. Ähm. Wenn es leider nicht geht. Also, wenn, wenn. Ähm. So wie bei 18 Uhr. Wenn das nicht ich dann. Alter. Okay. Auf einmal läuft es wieder. Na. Auf einmal. Auf. Ja. Für 3 Sekunden kann ich noch kein Ruckeln. Äh. Ja. Ja. Ich hab bei mir grad Fraps angemacht. Ähm. Die Aufnahme. Ich weiß jetzt warum es ruckelt. Es ist wegen meiner Aufnahme. Es fing Fraps. Okay. Das ruckelt. Ja. Ja. Wie ich immer. Wie ich immer was vermute. Und ich das kaum draufweisen kann. Ja. Hauptsache ich hab was richtiges gesagt. Leute. Ich hab. Äh. Wo ich nicht mehr aufgenommen hab. Hab ich. Das Keller fertig gemacht. Also. Das heißt. Ich muss nur noch hier in eine Richtung machen. Die mag ich ja auch. 3 FPS. 10. 11. 1 FPS. Alter. Warte. Warte. Ich hab nicht mehr mehr. Ey. Digga. Alter. Ich hol mir gleich OBS. Ganz ehrlich. Ey. Ich hab noch mehr. Ich hab. Boah. Scheiße. Ey. Okay. Leute. Ich würde sagen. Dass ich. Ähm. Warte. Äh. Ich glaub. Also. Mein Handy ist da auch für lauflos. Und. Abgeschlossen. Weil. Ich. Kein. Akku. 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 Mehr hab. Ähm. Ähm. Leute. Ähm. Ich werde. das war's. Von mir. Manchmal. Times. kommt. Manchmal auch nicht. Wer weiß. Ja. 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 Also Leute. Auf Wiedersehen. Ja. Ich hab dir grad was gefilmt. Daher war's auch so leise. Äh. Kann grad nicht. Ich hab manchmal auch mal gefilmt. Mal die Frames. Weil. in der Aufnahme. Da sieht man die ja nicht. Das ist ein Unglück. Nee. Weil man sieht ja halt. Bei mir auch nicht. Nein. Bei mir meckern die immer rum. Äh. Wieso hast du einen schlechten PC? Äh. Hey. Ich bin auf den. Ich bin mit der 900 Reihe. Oh. Oh. Der Grafekater Prozessor. Den gibt er seit dem Jahr 2014. Da bei GPUs. Hey. Sie erinnert mich genau wie an meine 980 Ti. Weil so stark hatte ich auch. Aber so stark hatte ich noch nie Frame Drops gehabt. 940. Hier ist schon. Beginnt er wieder mit dem Ruckler. Ja. Ey. Digga. Weil. Heute läuft der Wind. Weil heute läuft irgendwie ein bisschen unflüssig. Ja bei mir auch. Weil das richtig scheiße. Seitdem ich den PC. Seit dem Windows. Seit dem Windows Update. Läuft alles scheiße. Ja. So kann ich meinem Vater sagen. Moment mal. Schrauben. Find mehr der Aufnahme mal an. Ich werd mich dabei halt auch. Ja Leute. So schnell kann man das gehen. Ja. So schnell. So schnell. Ja. So schnell. So schnell. Ich hab mich jetzt ernsthaft genutet. Wo ist da? Ach da. Na gut. Ähm. Wir wollten eigentlich am Samstag streamen. Da. Wir Samstag nicht können. Ist. Vielleicht der Tag. Vielleicht verdorben Moralons. Weil. Wir können am Samstag nicht streamen. Wegen einer Kleinigkeit. Hm. Mann. Oh Gott. Ich muss schon nicht schon wieder bei den Brunny einschlagen. Irgendwie. Ahaha. Ich darf schon wieder sein ob er schwer ran gekommen ist. Doch mal im Rennen war's das halt auch. Was. Jetzt darf der jetzt wieder schmeuf. Jetzt wieder nett. Ja gut Leute. Ja gut Leute. Äh. Leid dir. Leid dir. Ist das schon wieder auf K? Ich warte. Ich habe vielleicht gerade gemutet. Ah, deswegen habe ich dich auch traurig zigtausendmal gerufen, ja. Weil, Leute, wenn ich wieder da drinnen bin, dann macht das mit der Aufnahme. Ja. Ja. Wenn wir schaffen halt. 70 Frames, das kann doch nicht sein! Nein! Ist unrealistisch mit der 980. Dann kannst du mich drüber aufregen. Ja, ich denke, genauso. Und das ist sogar noch eine gute. Hus, hus. Verlust das schlecht, Neven. Das ist eigentlich gut. Ja, aber... Ist doch Scheiße! Ich habe immer wieder... Als ich auf Windows 10 geupdatet hatte, hatte ich in GTA 5 genau die Geister-Scheiß-Probleme gehabt. Mit der 970. Genau die Geister-Scheiße! Jetzt heulen wir mal nicht rum! Ey! Ist doch wahr! Wenn man so viel Geld ausgibt für die Scheiße! Ja, ich habe auch für dieses Jahr sehr viel Geld ausgegeben, ja. Ey! Ich hatte mit den 980 Ti schon Probleme gehabt. Mit Drucker und Standbildern. Und jetzt mit den 980 kann ich sein! Sogar mit zwei Monitoren. Kann auch nicht sein! Ja! So Leute! Damit war es dass mit der Aufnahme! So dann... Ich spür mal! Bis dann! Wir rightigen!